Weltritten für Anfänger von Arthur Parseliner. Es liest Jürgen von der Lippe. Kalmanien. Motto, wenn Kummer rauchen würde, wäre die ganze Erde mit Ruß bedeckt. Alte Volksweisheit. Es ist ein kalter Winterabend und die Straßen der Großstadt sind leer. Am Nachthimmel spiegelt sich das bunte Licht, das die Farbfernseher in die Fenster der Wohnhäuser malen. Auf dem Tisch brennt eine Kerze. In ihrem warmen Lichtschein sieht man zwei Menschen sitzen. Eine Frau und einen Mann. Sie sind einander zugewandt, halten sich bei den Händen und schauen sich in die Augen. Die Frau hat schönes rotes Haar. Sie wirkt sehr reizvoll in dieser stimmungsvollen Beleuchtung. Sie ist vielleicht knapp über dreißig, der Mann ein wenig älter. Er wirkt ergriffen, ernst und seine Augenblicken besorgt. Neben der Kerze stehen zwei Gläser. Dazu eine Flasche mit warmem, aber trotzdem leichtem Chateauwein aus Frankreich. Der Käse auf dem Tablett bildet mit seinem feinen Aroma die passende Ergänzung zum schimmernden Wein. Das Paar wirkt gebildet. Beide haben feuchte Augen. Sie plaudern mit leisen, traurigen Stimmen. Auf den ersten Blick wirkt die Situation außerordentlich romantisch. Es sind die Musiklehrerin Annelie Imonen und der Magister der Fremdsprachen Viljo Suronen. Sie sind sich auf der Versammlung des Ortsvereins von Amnesty International begegnet und anschließend in Annelie Imonens Wohnung gegangen, um die Bekanntschaft zu vertiefen. Sie sind beide warmherzige Menschen und sie beschließen, sich von nun an gemeinsam für die politischen Häftlinge dieser Welt einzusetzen. Die Nacht verrinnt. Endlich erlischt auch die Kerze. Aber die beiden reden immer noch im Dunkeln miteinander, halten sich umschlungen. Sie schenken sich Liebe und schwören, dass auch die Welt ihren Teil abbekommen soll. Das ganze Frühjahr hindurch schrieben Magister Suronen und Annelie Imonen gemeinsam Beschwerdebriefe an zahlreiche Diktatoren und forderten sie auf, die politischen Häftlinge aus den Gefängnissen ihres Landes zu entlassen und dafür zu sorgen, dass dort niemand mehr wegen seiner Meinung inhaftiert oder gefoltert wird. Dutzende Briefe, dutzende Appelle flatterten von Helsinki in alle Teile der Welt. Annelie Imonen und Magister Suronen schrieben nach Mittelamerika, nach Südamerika, nach Afrika und nach Osteuropa. Sie übernahmen sogar die Patenschaft für einen ganz bestimmten Häftling, einen Mann namens Ramon Lopez, der in einem Gefängnis im Staate Kalmanien in Mittelamerika schmachtete. Annelie hatte sich bereits vor Jahren für eben diesen Lopez eingesetzt, leider vergeblich. Im Staate Kalmanien wurden immer wieder die Menschenrechte verletzt. Im vergangenen Herbst hatten paramilitärische Einheiten die Bewohner eines ganzen Bergdorfes ermordet. Ein Militärputsch folgte auf den nächsten, und wenn sich zwischendurch mal eine Zivilregierung etablierte, so wurde sie alsbald wieder vertrieben und das blutige Regime ging weiter. Im Jahre 1979 wurden in Kalmanien hunderte Studenten und Linke verhaftet, die man der Vorbereitung einer Revolution bezichtigte. Ein solcher Verdacht bedeutete in Kalmanien Folter und Tod. Die meisten der Verhafteten wurden bereits bei den Verhören getötet. Einige kamen ins Gefängnis, darunter auch der Hochschullehrer Ramon Lopez, damals erst 28 Jahre alt und Vater dreier kleiner Kinder. Inzwischen war Ramon 35, aber er saß immer noch ohne Urteil im Staatsgefängnis von Kalmanien. Magister Surunen schickte Geld an Lopez' Frau, und sie schrieb zurück, dass ihr Mann noch lebe, aber in sehr schlechter Verfassung sei. Je weiter das Frühjahr voranschritt, desto klarer erkannte Magister Surunen, dass Ramon Lopez nicht freikommen würde, selbst wenn sie beide von Helsinki aus immer wieder Briefe an den Präsidenten Kalmaniens, Generalleutnant Ernesto de Pellegrini, schickten. Es war gewiss wichtig, die Versammlungen von Amnesty zu besuchen, auch war es angenehm, anschließend bei Annelie zu sitzen und Rotwein zu schlürfen, aber all das schien letztlich nutzlos. Selbst wenn Surunen kistenweise Rotwein trank und kiloweise Käse aß, letztlich, so wurde ihm immer deutlicher bewusst, würde all das Ramon nicht weiterhelfen. Der würde in dem stinkenden Gefängnis verfaulen, obwohl er doch in Finnland zwei Paten hatte. Der Sommer kam. In der Schule fand die Abschlussfeier statt. Den Abend dieses Tages verbrachte das Paar zu Hause bei Annelie Imonen. In der Mikrowelle wärmten sie Krabbensandwiches. Die Musiklehrerin spielte auf dem Klavier Chopin. Surunen öffnete die Sektflasche. Vor ihnen lagen mehrmonatige Sommerferien. »Ich habe darüber nachgedacht, Annelie, ob ich nicht nach Mittelamerika, genauer gesagt nach Kalmanien reisen sollte,« sagte Magister Surunen zu seiner Freundin. »Ich kann mich verständigen, spreche fünfzehn Sprachen, außerdem habe ich den Wehrdienst absolviert und bin noch gut in Form.« Annelie Imonen dachte über die Sachen nach. Sie begriff sofort, dass Magister Surunen die Reise nach Kalmanien nicht als Tourist antrat. War es jedoch klug, sein Leben zu riskieren und in ein Land zu reisen, in dem ein blutrünstiger General die Macht innehatte? »Ich finde, dass wir warten sollten. Vielleicht kommt Ramon irgendwann frei. Wir müssen uns nur weiter für ihn einsetzen. Ich schreibe im Sommer neue Appelle und schicke sie überall hin.« Magister Surunen erklärte, dass er den Glauben an die Wirkung von Briefen verloren hatte. Ein Finne glaubt gar nichts, ehe er nicht selbst sieht, was in einem Land los ist. Surunen betonte, dass er nach Kalmanien reisen wolle, um herauszufinden, wie man Ramon und womöglich auch anderen politischen Häftlingen helfen könne. Direkt vor Ort wäre die Situation eine andere. »Ich versuche, beim Präsidenten vorzusprechen, oder ich besuche das Gefängnis, demoliere sämtliche Schlösser und lasse alle Insassen frei.« »Aber wenn die Bestien dort dich töten,« stöhnte Annelie Immunen. Surunen musste zugeben, dass auch diese Möglichkeit bestand. Die Reise in eine Diktatur war bisweilen lebensgefährlich. »Aber ich bin Junggeselle, da trauert keine große Familie, so wie beispielsweise bei Ramon Lopez.« Annelie Immunen sah ihn unglücklich an, begriff aber, dass sie ihn nicht mehr umstimmen konnte. Sie goss Sekt ins Glas und reichte es Surunen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber sie versuchte, tapfer zu sein. Sie war eine verständige Frau, die wusste, was angebracht war und was nicht. »Du musst dort vorsichtig sein, Liebster.« Noch am selben Abend schickten die beiden ein verschlüsseltes Telegramm an eine Person in Kalmanien, die sie durch Briefwechsel kannten. Es handelte sich um den Universitätsdozenten Jacinto Marco Aurelio Cardenas. Surunen informierte ihn über seine Absicht, Kalmanien zu besuchen, und bat ihn, Lopez-Frau Consuelo Espinoza de Lopez, die zu ihrem Mann Kontakt hielt, eine entsprechende Nachricht zukommen zu lassen. Am Morgen nach dem Frühstück marschierte Sudunen zur Geschäftsbank, um über die Finanzierung seiner Reise zu verhandeln. Der Magister war sich nicht sicher, ob eine große finnische Geschäftsbank befürwortete, Reiseträume von Weltverbesserern zu finanzieren. Deshalb erklärte er großspurig, dass er in die Karibik fahren wolle, um mal richtig die Sau rauszulassen. Dafür brauche er eine Summe von 30.000 Mark. Lachend wurde das entsprechende Formular ausgefüllt. Man schüttelte dem Kunden die Hand und führte ihn zum Valutaschalter. Der zuständige Abteilungsleiter zwinkerte Sudunen zu und sagte, »Dann lassen Sie es nur ordentlich krachen, am liebsten würde ich mitkommen.« Sudunen wollte über zwei sozialistische Länder nach Kalmanien reisen. An den Stempeln im Pass ließ sich die Route ablesen und es wären deswegen sicherlich Scherereien in Kalmanien zu erwarten, dass ein eifriger Verbündeter der USA war. Die Machthaber im Land fürchteten, bis an die Grenzen der Hysterie vom Kommunismus unterwandert zu werden. Sudunen war sich sicher, dass ihm die Einreise verweigert werden würde, wenn er bei der Grenzkontrolle seine Passstempel aus Moskau und Havanna vorzeigte. Er löste das Problem, indem er sich einen neuen Pass besorgte. Auf dem Polizarevier von Wanta, das für ihn zuständig war, erklärte er, dass er seinen Auslandspass verloren habe und da er beabsichtige, durch die Welt zu reisen, beantrage er einen neuen Pass. Der Beamte wollte wissen, unter welchen Umständen der Pass abhandengekommen war und warum Sudunen den Verlust erst jetzt melde. Sudunen erwiderte, dass er bisher keinen Pass gebraucht habe. Dann erzählte er, wie sein Pass im vergangenen Sommer bei einem Aufenthalt in Venedig abhandengekommen war. Jetzt besaß Sudunen zwei Pässe. Den einen wollte er im Osten, den anderen im Westen benutzen. Und gleichzeitig nahm er sich vor, dass er, sollte er lebend aus Kalmanien zurückkehren, zusammen mit Anneli Imonen Venedig besuchen würde. Das Visum für die Sowjetunion erhielt er ohne Probleme innerhalb von zehn Tagen. Es berechtigte zu einem einmonatigen Aufenthalt im Land. Für Kalmanien beantragte er kein Visum, denn er befürchtete es nicht schnell genug zu bekommen. Er wollte es erst an Ort und Stelle beantragen. Zumindest ein Transitvisum würde man ihm dort geben, vermutete er, denn schließlich konnte er den Pass eines freundlich gesinnten Staates vorweisen. An der Universität Helsinki besorgte er sich ein Empfehlungsschreiben, das ihn als Sprachforscher mit speziellem Interesse für die Sprachen und Dialekte Lateinamerikas auswies. Das Ganze wurde mit zahlreichen Stempeln versehen und zu Hause goss Sudunen in die untere Ecke noch roten Siegelwachs, in denen er in Ermangelung von etwas Besserem sein feierlich wirkendes, aus Rekrutenzeiten stammendes Schießabzeichen der Klasse 3 drückte, um so keinerlei Zweifel an dem rein wissenschaftlichen Zweck seiner Forschungsreise aufkommen zu lassen. Zwei Wochen waren seit der Abschlussfeier in der Schule und dem Beginn der Sommerferien vergangen. Magister Sudunen war bereit für die Reise. Anneli Imunen begleitete ihren Freund auf den Bahnhof und zum Schnellzug nach Moskau. Zu diesem Zweck bestellte sie ein Taxi. Warum das notwendig war, erkannte Sudunen erst am Ziel, als Anneli ihm einen Bündel Reiseschecks überreichte, ausgestellt auf eine Gesamtsumme von 10.000 Mark. Anneli hatte ihr altes Auto verkauft und wollte Sudunen mit dem Geld die gefährliche und anspruchsvolle Reise erleichtern. Er brachte kein Wort heraus, so fassungslos machte ihn ihre aufopferungsvolle Geste. Auch sonst gestaltete sich der Abschied sehr gefühlvoll. Die Stimmung war ähnlich schicksalhaft, wie im Jahre 1939, als Staatspräsident Bahas Sikivi mit seiner Entourage nach Moskau reiste, um über die Bedingungen zu verhandeln, unter denen die Sowjetunion bereit sein würde, den Winterkrieg zu beginnen. Damals hatte das Verabschiedungskommando für die Delegation ein Kampflied gesungen. Die Lehrerin Anneli Imunen verabschiedete Sudunen heute zu einer mindestens ebenso heiklen Reise in die Diktatur Kalmanien. Sie sang kein Lied, obwohl es ihr nicht an Können fehlte. Anneli Imunen weinte und küßte ihren Freund. Dann fuhr der Zug samt Sudunen ab. Magister Sudunens Reisegefährte im Schlafwagenabteil des Nachtschnellzuges nach Moskau war ein mürrischer Russe, ein Kerl in den Sechzigern, der sich anfangs darauf beschränkte, mit freudloser Miene die vorbeigleitende Landschaft zu betrachten. Auch als der Zug über die Grenze fuhr, munterte das den Mann nicht auf. Man trank Tee und knabberte Kekse. Je weiter der Zug gen Moskau vorankam, desto finsterer blickte der Russe drein. Schließlich konnte er wohl seine üble Laune selbst nicht mehr ertragen und entnahm seiner Aktentasche eine Flasche Whisky, schraubte sie auf und fragte Sudunen beiläufig, ob der auch einen Trink wolle. Als beide ein paar Schlucke genommen hatten, fragte der Reisegefährte, woher Sudunen so fließend Russisch konnte. Sudunen erzählte ihm, dass er von Beruf Sprachlehrer war. Sprachen waren zugleich auch sein Hobby. Er konnte sich in 15 Sprachen verständigen, fünf oder sechs davon sprach er fließend. Der andere stellte sich vor, Sergej Lepkov, Fischereiexperte. Ich habe mich jetzt fast zwei Jahre lang ohne Unterbrechung im Ausland aufgehalten, erklärte er. Wie sich herausstellt, hatte er als Vertreter seines Landes auf der Seerechtskonferenz in Den Haag gearbeitet und Fischereiprobleme diskutiert. Er hatte endlos über Fangbeschränkungen für Blauwale verhandelt, aber gerade als das Abkommen vor einem Jahr fertig und zur Unterzeichnung bereit gewesen war, und der祈 بد special. die war auch nochmal neu. flooded S蘭 UN 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 Vielen Dank.